Diotima ist eine Figur in Platons Dialog-Symposium, in dem die Gesprächsteilnehmer die Natur des Eros erörtern. Sie wird dort als weise Frau aus Mantinea in Akkadien vorgestellt. In dem Dialog tritt Diotima nicht selbst unter den Beteiligten auf, sondern der Philosoph Sokrates erzählt, wie er von ihr Belehrung über den Eros empfing. In dem Gespräch legte ihm Diotima ihre Lehre von der rechten philosophischen Lenkung des erotischen Drangs dar. Das Eros-Konzept, das Platon ihr in den Mund legt, wird seit der Renaissance als platonische Liebe bezeichnet. Unbekannt ist, ob die Gestalt frei erfunden ist oder ein historisches Vorbild aus dem 5. Jahrhundert vor Christus hat, das möglicherweise tatsächlich diesen Namen trug. Wegen der starken Nachwirkung des Dialogs bis in die Gegenwart ist der Name Diotima in der Neuzeit immer wieder aufgegriffen und als Pseudonym, als ehrende Alternativname oder zur Benennung einer literarischen Figur verwendet worden. Er steht traditionell für eine Frau, die in der Lage ist, auf erotischem Gebiet ein philosophisch untermauertes Wissen zu vermitteln. Diotima im Symposium Dialogsituation Diotima ist die einzige weibliche Figur, die in einem platonischen Dialog zu Wort kommt. Sie tritt aber nicht direkt auf, denn an dem Symposium, dessen Verlauf der Dialog schildert, nimmt sie nicht teil. Vielmehr berichtet Sokrates, die Hauptfigur des Dialogs, von einem Gespräch, in dem ihn Diotima über den Eros belehrt und von der Richtigkeit ihrer Sichtweise überzeugt hatte. Er hatte sie eigens zu dem Zweck, solche Aufklärung zu empfangen, aufgesucht, als sie sich zeitweilig in Athen aufhielt. Im Symposium rühmt er ihre vollendete Weisheit. Er gibt ihre Äußerungen in direkter Rede wieder und identifiziert sich mit deren Inhalt, statt eine eigene Theorie vorzutragen. Die Diotima-Rede bildet den philosophischen Höhepunkt des Gastmals. Ansonsten erfährt der Leser des Symposiums über Diotima nur, dass sie eine Seherin war, deren Weisheit ihr außergewöhnliche Fähigkeiten verlieh. Sokrates berichtet, sie sei in der Lage gewesen, durch ein Opfer den Ausbruch der Pest in Athen um zehn Jahre zu verzögern. Daraus ist ersichtlich, dass sie als Priesterin fungierte. Gemeint ist die Pest, die in Athen im Jahr 430 v. Chr. ausbrach. Der Frauenname Diotima war selten, häufig war hingegen die männliche Form Diotimos. In seiner Wiedergabe des Gesprächs mit Diotima schildert Sokrates zuerst die Wesenzart des Eros, dann dessen wirken. Dabei tritt er ihr gegenüber als Schüler auf. Indem sie Fragen stellt, die ihm zu Erkenntnissen verhelfen sollen, übernimmt sie die maieutische Rolle, die er sonst selbst im Platons Dialogen gegenüber seinen Gesprächspartnern spielt. Wo er bekennen muss, keine Antwort zu wissen, enthüllt sie ihm die Wahrheit. Inhalt mit Eros ist die mythische Gestalt gemeint, die als Urheber des erotischen Begehrens der Menschen betrachtet wurde. Damit ist stets die Vorstellung von Leidenschaft verbunden. Sokrates geht anfänglich von der Annahme aus Eros sei ein großer Gott und müsse schön sein. Diotima widerlegt diese Meinung. Sie zeigt, dass Eros weder gut und schön noch schlecht und hässlich ist, sondern in einem Mittelbereich zu verorten ist. Wegen dieser Unvollkommenheit kann er kein Gott sein. Zu den Sterblichen zählt er aber auch nicht. Da er zwischen Gottheit und Mensch steht, ist er ein Daimon. Damit fällt ihm, wie allen Dämonen, eine mittler Rolle zwischen Göttern und Menschen zu. Diese Aufgabe erfüllt er in seinem Zuständigkeitsbereich, auf dem Gebiet des Erotischen. Er übermittelt den Menschen das, was ihnen diesbezüglich von den Göttern zukommen soll. In Diotimas Mythos ist Eros nicht, wie in einer verbreiteten Überlieferung, der Sohn der Göttin Aphrodite, sondern er wurden bei dem Festmahl, das die Götter anlässlich von Aphrodites Geburt hielten, gezeugt. Seine Mutter Penia, die personifizierte Armut, kam als Bettlerin zu dem Mal und traf dort den betrunkenen Poros. Poros ist die Personifikation der Findigkeit, die stets einen Ausweg findet und den Weg zu Fülle und Reichtum bahnt. Ihm fehlt aber, wie seine Betrunkenheit andeutet, die Fähigkeit des Maßhaltens. Um ihre Bedürftigkeit auszugleichen, wollte Penia von ihm ein Kind empfangen. So kam es zur Zeugung des Eros, der sich später der Göttin, deren Geburtsfest zur Begegnung seiner Eltern geführt hatte, anschloss und ihr Begleiter wurde. In seinem Naturell verbindet Eros die Eigenschaften seines Vaters mit denen seiner Mutter. Von der Mutter hat er das Prinzip des Mangels geerbt, daher ist er arm und unansehnlich, barfuß und obdachlos. Vom Vater hat er seine Tatkraft und Schlauheit, seine Zauberkunst und die starke Neigung zum Schönen und Guten, die ihn antreibt. Da die Weisheit zum Schönen zählt, ist er auch ein Philosoph. Ihm fehlt Einsicht, doch strebt er eifrig danach, da er sich dieses Mangels bewusst ist. Wie Eros trachten auch die von ihm ergriffenen Menschen nach dem Schönen und Guten und wollen es für sich erlangen. Sie möchten es dauerhaft besitzen, um glücklich zu sein. Der Mensch verfügt Überzeugungskraft oder Fruchtbarkeit sowohl im körperlichen als auch im seelischen Sinne. Diese Fähigkeit des Hervorbringens ist ebenso wie die Schönheit von göttlicher Art, daher kann sie sich dort entfalten. Wo sie auf Schönes trifft, mit Hässlichem harmoniert sie nicht, daher wird sie von ihm nicht aktiviert. Aus diesem Grund richtet sich das erotische Begehren auf das Schöne, dabei wird aber das Schöne nicht als solches erstrebt. Der erotische Drang ist nicht Liebe zum Schönen, sondern ein Drang zum Zeugen und Hervorbringen im Schönen. Das Sterbliche strebt nämlich nach Unsterblichkeit. Mittels der Fortpflanzung können Sterbliche etwas von sich hinterlassen und so eine Dauerhaftigkeit erreichen, mit der sie gewissermaßen am Unsterblichen teilhaben. Analog dazu ist auch das Hervorbringen dauerhafter geistiger Werte, etwa in der Dichtung oder der Gesetzgebung, eine Art von Zeugung, die unsterblichen Ruhm verschafft. Eine besondere Stärke erreicht die erotische Anziehungskraft, wenn die begehrte Person nicht nur körperliche schön ist, sondern auch seelisch, also tugendhaft. Hiervon ausgehend entwickelt Diotima ihre Lehre von der rechten philosophischen Lenkung des erotischen Drass. In der Jugend soll man sich schönen Körpern zuwenden und dabei erkennen, dass es nicht um die Vorzüge eines bestimmten Körpers geht, sondern um die körperliche Schönheit an sich, die in allen schönen Körpern dieselbe ist. Später wird man sich der seelischen Schönheit zuwenden, die man zunächst in einer bestimmten Person wahrnimmt. Daher richtet sich nun die Liebe auf diese Person, auch wenn sie äußerlich unansinnlich ist. Das führt zu einer Ausrichtung auf die Ethik. Der Liebende entdeckt das Schöne in schönen Handlungen. Später wird auch die Schönheit von Erkenntnissen für ihn wahrnehmbar. Dabei erhält er Gelegenheit zu entdecken, dass auch im geistig-seelischen Bereich die Schönheit nicht an etwas Einzelnes gebunden ist, sondern das Allgemeine ist, das sich jeweils im Besonderen zeigt. Von da aus gelangt der Liebende zur höchsten Erkenntnisstufe. Dort kommt es nicht mehr auf einzelne Tugenden oder auf einzelne schöne Taten oder Einsichten an, sondern auf Schönheit im allgemeinsten und umfassendsten Sinne. Die vollkommene und unwandelbare Schönheit schlechthin, die allen Erscheinungsformen des Schönen letztlich als deren Quelle zugrunde liegt. Dieses Urschöne ist keine bloße Abstraktion, kein gedankliches Konstrukt, sondern für den, der die letzte Stufe erreicht hat, eine wahrnehmbare Wirklichkeit. Sokrates stimmt Diotimas Ausführungen zu und ergänzt, dass Eros auf dem philosophischen Erkenntnisweg der beste Helfer des Menschen sei. Daher solle man ihn und die Erotik irren und sich auf diesem Gebiet üben, Bedeutung Diotimas. Platon stellt in seinen Dialogen Sokrates als Philosophen dar, der Erkenntnisse erlangt hat und anderen im Gespräch zu Einsichten verhilft, aber nicht mit dem Anspruch Auftritt über Wissen im Sinne eines abgeschlossenen, lückenlos begründbaren Lehrsystems zu verfügen. Daher lässt er ihn im Symposium nicht wie andere Gesprächsteilnehmer eine eigene Theorie des Eros in einer Rede vortragen, sondern weist ihm die Rolle des Berichterstatters zu, der nur fremde Weisheit darlegt. Aus diesem Grund benötigt Platon die Gestalt der Diotima, der er hier sein Konzept in den Mund legt. Als weise Seherin verfügt Diotima über eine Einsicht, die der philosophische Diskurs allein nicht vermitteln kann. Sie argumentiert zwar streckenweise philosophisch, aber hinsichtlich des Kerns ihrer Lehre beruft sie sich auf eine transzendente Erfahrung, die nach ihrer Darstellung den Höhepunkt und Abschluss eines philosophischen Schulungswegs darstellt. Hiervon ausgehend haben manche Forscher Diotima zu einer frei erfundenen Gestalt erklärt, während andere einen Zusammenhang mit einer realen Person annehmen oder zumindest nicht ausschließen. Alle Angaben späterer antiker Autoren fußen auf denen Platons, die sie zum Teil mit erfundenen Ergänzungen ausschmücken. Falls es sich um eine fiktive Gestalt handelt, könnte ihre angebliche Herkunft aus Mantinea eine Anspielung auf ihre Funktion als Seherin sein. Einer Hypothese zufolge gestaltete Platon die Figur der Diotima als Gegenbild zu derjenigen der Aspasia, die in seinem Dialog Minex Enos als Rhetoriklehrerin eine Rolle spielt und nach der ein nur fragmentarisch erhaltener Dialog des Sokratikers, Aeschines benannt ist. Dabei sei es ihm darum gegangen, das Konzept von Aeschines Aspasia zu überwinden und ihm ein Überlegenes entgegenzustellen. Oft ist die Frage erörtert worden, warum Platon gerade bei diesem Thema ausnahmsweise die Darlegung seiner eigenen Auffassung einer Frau überträgt. Dabei haben auch mancherlei Spekulationen über seine eigene sexuelle Orientierung eine Rolle gespielt. Es ist sogar vermutet worden, Diotima vertrete ein sophistisches, von Platon oder zumindest seinem Sokrates abgelehntes Konzept. Dieser Ansatz gilt heute als verfehlt, was aber nicht bedeutet, dass Diotimas Lehre mit Platons eigener Überzeugung gänzlich identisch sein muss. Eine weitere Hypothese lautet, Platon habe eine Selbstdemontage des weiblichen Prinzips beabsichtigt. Es sei Diotimas Aufgabe, den Eros aus der ihm traditionell zu erkannten göttlichen Position zu verdrängen. Dies bedeute eine Abweisung des weiblich-göttlichen, das endgültig vom männlich-göttlichen überwunden werde. Das Ziel sei eine vollständige Entmachtung der Prinzipien der Aphrodite. Im Sinne dieser Absicht sei es zweckmäßig, dass gerade bei diesem Machtwechsel eine Frau das Kommando führt. Rezeption Antike Eine Darstellung Diotimas in der antiken bildenden Kunst konnte bisher nicht mit völliger Sicherheit ermittelt werden. Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei der Frau, die auf einem Wandbild der frühen römischen Kaiserzeit aus Boskoreale neben dem sitzenden Sokrates steht, um Diotima. Das Wandbild, das nach einem Vorbild aus dem späten 4. Jahrhundert vor Christus gestaltet wurde, befindet sich heute im J. Paul Getty Museum in Malibu. Zwei weitere Identifizierungsvorschläge sind nach heutigem Forschungsstand in Betracht zu ziehen. Eine stehende Frau auf einem Weihrelief des dritten Jahrhunderts vor Christus und eine stehende Frau, die eine Leber als Zeichen der Wahrsagung hält. Auf einem 1887 in Mantineia gefundenen Relief. Das Relief aus Mantineia stammt aus dem letzten Drittel des 5. Jahrhunderts vor Christus. Es ist also, falls es tatsächlich Diotima darstellt und diese eine historische Person ist, zeitgenössisch. Früher wurde auch eine sitzende Frau mit Eros und einem Mann, mutmaßlich Sokrates, auf einem Bronzer-Elief aus Pompeji sowie auf zwei versilberten, Tonalmann aus der Gegend von Orviato für Diotima gehalten. Diese Identifizierung hat sich jedoch als falsch erwiesen. In der römischen Kaiserzeit fand die Gestalt der Diotima wenig Beachtung. Ihre im Symposium vorgetragene Lehre beschäftigte aber Plutarch und die Neu-Platonika. Plutarch und der Neu-Platonika Plutin setzten sich mit der Frage auseinander, wie der Eros-Mythos zu deuten sei. Im 5. Jahrhundert führte der Neu-Platonika Proklos in seinem Kommentar zu Platons Dialog Politeia Diotima unter den Pythagorierinnen an, deren Tugend bekannt war. Er soll auch Diotimas Ausführungen im Symposium kommentiert haben. Im Mittelalter war Diotima weitgehend unbekannt, da Platons Schrift im Westen verschollen war. 15. und 16. Jahrhundert Als in der Renaissance das Symposium der westlichen Gelehrtenwelt wieder im griechischen Originaltext zugänglich wurde, erweckte Diotima das Interesse der Humanisten. Der berühmte Gelehrte Marsilio Ficino, ein eifriger Erforscher des antiken Platonismus, übersetzte den Dialog ins Lateinische und machte ihn damit einem breiteren Lesepublikum zugänglich. Außerdem schrieb er dazu 1468-1469 einen lateinischen Kommentar, der 1484 gedruckt wurde. Diesen Kommentar, von dem er auch eine italienische Fassung anfertigte, gestaltete er als Dialog mit sieben zeitgenössischen Teilnehmern, welche die Reden im Symposium erläutern. Die Rede des Sokrates deutet Thomas so, wenn sie, der Diotima als göttlich inspirierte Seherin einführt, Sokrates habe zeigen wollen, dass die Menschen nur dank göttlicher Eingebung verstehen könnten, was wahre Schönheit und rechte Liebe sei. In der Folgezeit wurde Diotima für die Gebildeten das Muster einer Frau, die in der Philosophie mit eigenen Gedanken hervortritt. Im späten 16. Jahrhundert verfasste Francesco Patrici d'Acerso das vier Dialoge umfassende Werk Lamorosa Philosophia, wobei er den Aufbau des Symposiums nachahmte. Es ist wie bei Platon ein Bericht über ein Gastmahl, an dem von einem Gespräch mit einer Frau erzählt wurde, die Belehrung über Liebesangelegenheiten erteilte. Diese gebildete Dame, die als neue Diotima bezeichnet wird, es handelt sich um die mit Patrici befreundete Dichterin Tarkinia Molza, trug allerdings unplatonisches Gedankengut vor. Sie führte alle Formen der Liebe auf Selbstliebe zurück. 18. Jahrhundert 1775 – 1780 fertigte der französische Maler Jacques-Louis David eine Zeichnung an, die Sokrates und Diotima darstellt. Sie befindet sich heute in der National Gallery of Art in Washington, D.C. Diotima wurde literarisch als Deckname für zeitgenössische Damen verwendet, denen eine an das antike Vorbild erinnernde Rolle zugeschrieben wurde. So nannte Franz Hemster Hüs die gebildete Fürstin Amalie von Galizien Diotima sich selbst im Umgang mit ihr Sokrates. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erwachte in Deutschland ein neues Interesse an Platon, und die Rolle von Frauen im philosophischen Diskurs wurde vielfach thematisiert. Damit rückte Diotima als Vorbild für eigenständig Philosophie Ende Frauen wieder ins Blickfeld. Friedrich Schlegel verfasste 1795 einen Aufsatz über die Diotima, indem er sie als Priesterin und als Pythagorerin darstellte und als Bild vollendeter Menschheit beschrieb als eine Frau, in welcher sich die Anmut einer Aspasia, die Seele einer Sapfo, mit hoher Selbstständigkeit vermehlt. Ausführlich trat Schlegel dem Verdacht entgegen, sie sei eine hetere gewesen, da damals nur heteren Überbildung verfügt hätten und mit Männern auf die von Platon geschilderte Weise hätten Umgang pflegen können. Die bekannteste und wirkungsmächtigste Diotima-Rezeption dieser Epoche und der gesamten Neuzeit ist diejenige Friedrich Hölderlentsch. Er war von Diotimas Ausführungen im Symposium stark beeindruckt und verwendete in seiner Liebeslyrik ihren Namen, mit der griechischen Betonung, Diotima, für die Geliebte. Den platonischen Gedanken, dass Eros über das vergängliche individuelle Emporheben kann, drückte er dichterisch in der Ode der Abschied und in der Elegymenons Klagen um Diotima aus. In seinem Briefroman Hyprion, an dem er in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts arbeitete, brachte er ebenfalls das Eros-Konzept von Platons Diotima zur Geltung. Die Handlung spielt im späten 18. Jahrhundert während der Kämpfe um die Befreiung Griechenlands von der osmanischen Herrschaft. Diotima, ein griechisches Mädchen, ist als Geliebte des Titelhelden eine zentrale Figur. Sie liebt Hyprion, ermutigt ihn aber auch zu der Einsicht, dass er seine Lebensaufgabe erst erfüllen kann, wenn er sich nicht mehr von einer einseitigen Bindung an die konkrete Einzelerscheinung beherrschen lässt, sondern den Weg in eine höhere Dimension findet. Zugleich ist sie selbst die Verkörperung seines Ideals vollendeter Schönheit. Er befindet sich in einer Illusion, denn er entwirft für sich ein idealisiertes Bild von Diotima, das sich stark von ihrer Selbstwahrnehmung unterscheidet. Nach ihrem Tod, an dem er Mitschuld trägt, fällt ihm die Aufgabe zu, sein Leben neu zu gestalten. Schließlich findet er Frieden in der Natur. Das Vorbild für Hölderl in schliterarische Frauengestalt war Susette Gondart, doch nicht in dem Sinne, dass die reale Person durchgängig mit der Fiktiven gleichzusetzen wäre. Ganz anders war der Ansatz von Christoph Martin Wieland. Er setzte sich 1800-1800 eintel mit den im Symposium vorgetragenen Liebeslehren kritisch auseinander. In seinem Briefroman Aristipf wird in einem Brief von einem Gastmal berichtet, an dem neben der Gastgeberin Leis fünf Männer teilnahm. Platons Symposium wurde vorgelesen und dann hinsichtlich seiner einzelnen Bestandteile erörtert. Dabei kamen die Gesprächsteilnehmer zu Ergebnissen, die der Auffassung Diotimas radikal widersprechen. Insbesondere die Lehre vom Urschönen stieß auf fundamentale Kritik, da das Urschöne außerhalb des Bereichs möglicher menschlicher Erfahrung liege. Daher kann es aus dieser kritischen Sicht nicht das Ziel der Liebe sein, sondern erscheint als unwirklich. Wieland konzipierte seine Leis als Gegenbild zu Diotima. Moderne im 19. und 20. Jahrhundert war das literarische Interesse an Diotima relativ gering. Die Dichterin Sophie Boris und die polnische Schriftstellerin und Dichterin Jadwiga Luszewska wählten den Namen als Pseudonym. Auch die Publizistin Lenore Kühn verwendete dieses Pseudonym, als sie 1930 im Verlag Holken Diederichs ihre Schule der Liebe veröffentlichte. Ein Sachbuch über Geschlechterbeziehungen, das einen großen Verkaufserfolg erzielte. In Robert Mussels Roman Der Mann ohne Eigenschaften erhält die Gastgeberin eines Salos von einem Bewunderer den Namen Diotima. Damit knüpft Mussel an die antike Tradition an, allerdings mit ironischer Absicht. Er wendet sich gegen eine idealistische, romantische Überhöhung trivialer Verhältnisse. Von dem Schweizer Maler Hans Ernie stammen mehrere Zeichnungen von Sokrates mit Diotima. Der Komponist Luigi Nono schuf 1979-1980 Stille einer Dekasekunde Streichquartett-Fragmente Stille an Diotima, mit dessen Benennung er auf Hölder Lynch-Diotima-Gestalt Bezug nahm. Als Hommage an dieses Werk versteht sich der Name des französischen Streichquartetts Quatuor Diotima, das 1996 von Musikschulabsolventen von Paris und Lyon gegründet wurde. Die italienische Philosophin Luisa Muraro hat 1983 in Verona eine feministische Philosophinnengemeinschaft namens Diotima gegründet. In Athen erscheint seit 1973 die philosophische Zeitschrift Diotima, herausgegeben von der Societe Hellnig der Tutsphilosophik. Nach Platons Diotima ist der Asteroid Diotima benannt.